Die Nachrichten des Tages. Heute mit Mitri Serim. Ihnen allen einen schönen guten Abend mit mir im Studios wieder Norbert, später mit allem Wichtigen vom Sport. Schönen guten Abend auch von mir. Und das sind unsere heutigen Themen. Gedenken an Massa Amini. Ein Jahr nach dem Tod der jungen Frau reagiert Irans Regime mit strengen Sicherheitsvorkehrungen. Schwierige Situation auf Lampedusa. Kommissionspräsidentin von der Leyen will die Insel besuchen. Italien fordert ein Eingreifen der EU, um die Migranten zu stoppen. Und Sturm auf die Wiesen. Das Münchner Oktoberfest ist eröffnet. Diesmal dauert die Gaudi zwei Tage länger. Strengste Sicherheitsvorkehrungen, überall Militär. In Iran ist die Anspannung vor allem im Machtapparat zu spüren. Zum ersten Mal jährt sich der Todestag von Massa Amini, der jungen Kurdin, die unfreiwillig zur Protestikone wurde. Sittenwächter hatten sie vor einem Jahr festgenommen. Angeblich hatte sie ihr Kopftuch nicht vorschriftsgemäß getragen. Die 22-Jährige brach in Polizeigewahrsam zusammen und starb kurz darauf im Krankenhaus. Ihr Tod löste die schwersten Proteste seit Jahrzehnten in Iran aus. Mehrere Menschen wurden hingerichtet, Tausende verhaftet. Aus Teheran berichtet Jörg Brase. Bis Einbruch der Dunkelheit war es ruhig in Irans Hauptstadt. Am Todestag von Massa Amini liegt eine Anspannung über Teheran. Viele Läden blieben tagsüber geschlossen. Dass es heute Demonstrationen geben könnte, damit rechnet wegen der Sicherheitsmaßnahmen kaum jemand. Das Land aber hätte sich durch die Proteste nach Aminis Tod bereits verändert, sagen viele. Dass ich heute mein Kopftuch unbehelligt nur auf den Schultern tragen kann, sagt diese Frau. Nach über 40 Jahren, das ist ein großer Fortschritt. Ob wir Kopftuch tragen müssen oder nicht, ist mir gar nicht so wichtig, meint diese junge Frau. Es gibt viele andere Dinge in unserer Gesellschaft, die Frauen unter Druck setzen und uns Probleme machen. Und dagegen müssen wir uns wehren. Massa Aminis Tod war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Sie wurde zum Symbol der Proteste. Gegen die Kopftuchpflicht, gegen hohe Preise, gegen das Regime. Das schlug den Volkszorn brutal nieder. Auch vor dem heutigen Jahrestag hatte es zahlreiche Verhaftungen von Regimekritikern und Strafandrohungen gegeben. Das sind alles Zeichen der Schwäche, nicht der Stärke. Würde sich das Regime stark fühlen, würde es sich nicht dauernd verteidigen. Wer meint, sich verteidigen zu müssen, der macht sich große Sorgen. In Massa Aminis Heimatstadt Sarkes wurde heute ihr Vater unter Druck gesetzt, keine Trauerzeremonie abzuhalten. Man will unbedingt verhindern, dass es an diesem Tag Strationen kommt. Jörg Brase ist uns jetzt zugeschaltet. Erster Todestag von Massa Amini. Jörg, wie erlebst du die Situation auf Terrans Straßen? Ja, also was wir jetzt hier hören, gerade das sind auch einige Hubkonzerte, so wie man sie bei den Protesten vor einem Jahr auch gehört hat. Aber große Menschenansammlungen, die haben wir heute nicht gesehen. Dafür aber massive Sicherheitsvorkehrungen. Wir haben gesehen, dass tausende von Sicherheitskräften hier aufgezogen sind. Die Universitäten, die befinden sich in einem wahren Belagerungszustand. Das heißt, man versucht tatsächlich zu verhindern, dass es heute hier zu Demonstrationen kommt. Aber man muss sagen, dass es hier im Land durchaus Veränderungen gegeben hat. Wir haben mit vielen Frauen gesprochen, die uns gesagt haben, dass sie heute sehr viel selbstbewusster als früher für ihre Rechte eintreten. Und dass sie auch zunehmend Zuspruch bekommen von den Männern. Wir haben gehört, dass es im politischen Raum Streit geben soll, darum, wie man mit den Forderungen der Menschen nun umgehen soll. Denn es ist klar, dass man deren Unzufriedenheit nicht auf Dauer mit Gewalt unterdrücken kann. Also ein Jahr nach Masa Aminis Tod scheint sich hier im Land doch einiges bewegt zu haben. Danke nach Teheran, Jörg Brase. Und auch in mehreren deutschen Großstädten haben heute tausende Menschen an die junge Iranerin erinnert. Allein in Berlin gab es verschiedene Kundgebungen und Demonstrationen. Die Teilnehmer solidarisierten sich mit den Iranern, die weiter gegen das Mullah-Regime aufbegehren. Zudem demonstrierten sie für weibliche Selbstbestimmung in Iran. Ein altes Problem bringt neuen Druck. Nachdem tausende Geflüchtete auf der völlig überlasteten italienischen Insel Lampedusa ankamen, ruft Italiens Ministerpräsidentin die EU zur Hilfe. Sie fordert Migrantenboote auf dem Weg nach Europa zu stoppen, notfalls durch die Marine. Eine weitere Zuspitzung des Konflikts möchte EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen unbedingt vermeiden und reiste deswegen zu Gesprächen nach Italien. Lampedusa in Aufruhr. Am Morgen hatte das Gerücht die Runde gemacht, ein zweites Lager werde auf einer ehemaligen Militärbasis der Insel aufgebaut, zusätzlich zu dem Durchgangslager, das die letzten Tage komplett überfüllt war. Die Reaktion Wut und Empörung. Von heute an sagt Lampedusa, genug, wir wollen nicht mehr. Die Botschaft, die sowohl an die EU als auch an die italienische Regierung übermittelt werden muss, ist, die Menschen von Lampedusa sind es leid. Das Gerücht erwies sich als unkorrekt, doch auf der Insel liegen die Nerven blank. Die italienischen Behörden arbeiten derweil mit Hochdruck daran, die Lage zu normalisieren, bringen die Migranten per Fähren aufs Festland, auch heute wieder über 2500 Menschen. Tausende von Migranten waren in der letzten Woche mit Booten angekommen, sie waren in Tunesien an Bord gegangen. Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni forderte jetzt, die im EU-Tunesien-Migrationsabkommen zugesagte Millionenhilfe an Tunesien auszuzahlen, damit das Land seinen Verpflichtungen nachkommt. Für den nächsten EU-Gipfel im Oktober plant sie zudem noch mehr. Ich habe dem Präsidenten des Europäischen Rates gebeten, das Migrationsthema auf die Tagesordnung zu setzen. Ich werde bei dieser Gelegenheit bekräftigen, dass es notwendig ist, sofort eine EU-Marine-Mission ins Leben zu rufen, um die Abfahrt von Migrantenbooten zu blockieren. Noch heute soll sich Meloni in Rom mit EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen treffen. Morgen wollen sie dann gemeinsam nach Lampedusa reisen. Wir gehen nach Brüssel zu Ulf Röller. Ulf, der Umgang mit Geflüchteten ist ein europäisches Dauerthema. Was will von der Leyen mit ihrem Italienbesuch erreichen? Also ich glaube, die Kommissionspräsidentin will sehr deutlich machen, dass das eben kein italienisches Problem ist, sondern ein europäisches Problem. Deswegen reist sie dort auch hin. Und es gibt noch ein anderes Krisengespräch, hat es heute gegeben. Der EU-Innenminister, die haben eine Telefonkonferenz gehabt. Und die haben auch klar gesagt, wir müssen uns darum kümmern. Wir können Italien nicht alleine lassen. Der erste Schritt, den man jetzt machen will, ist nochmal Druck auf Tunesien. Ausüben Tunesien ist dieser Schlüsselstaat. Es gibt ja den Versuch eines Abkommens, dass eben nicht so viele Migranten mehr aus Tunesien nach Italien kommen. Dafür soll es viele, viele Millionen an Tunesien geben. Aber dieses Abkommen kommt nicht richtig zustande. Und da hat jetzt nochmal von der Leyen den Auftrag bekommen, der EU-Innenminister nochmal deutlich mehr Druck zu machen, sprich vielleicht auch mehr Geld nochmal zu zahlen. Das Problem ist, dass Tunesien selber sagt, die Flüchtlinge, das ist eine zu große Belastung für unsere Gesellschaft. Und das scheint die Gesellschaft zu sprengen. Also keiner will diese Flüchtlinge haben. Wie gesagt, dazdem wird man versuchen, mit Tunesien jetzt endlich dieses Abkommen hinzukriegen, um eine stelle Lösung zu finden. Vielen Dank nach Brüssel, Ulf Röller. In Brüssel wurde im Mammutprozess um die islamistischen Terroranschläge vor sieben Jahren das vorerst letzte Urteil gesprochen. Das Gericht verhängte gegen mehrere Männer wegen Mordes und versuchten Mordes Haftstrafen zwischen 10 Jahren und lebenslänglich. Bei den Anschlägen am 22. März 2016 am Brüsseler Flughafen und in einer U-Bahn-Station wurden 35 Menschen getötet, Hunderte verletzt. In Stuttgart ist es bei einer Veranstaltung der dortigen Eritrea-Vereine zu heftigen Ausschreitungen gekommen. Gegner und Befürworter der eritreischen Regierung gerieten aneinander, griffen sich gegenseitig und Polizisten mit Steinen, Flaschen und Holzlatten an. Dabei wurden 10 Beamte verletzt. Die Polizei setzte Schlagstöcke und Pfefferspray ein. Mehrere Personen wurden festgenommen. Ja, Angriffe auf Einsatzkräfte, das kommt immer öfter vor. Im vergangenen Jahr mindestens 80.000 Mal. Dazu zählen körperliche Attacken, auch mit schweren Verletzungen, Beleidigungen oder Widerstand. Vor allem betroffen Polizistinnen und Polizisten weit vor Rettungskräften und Feuerwehrleuten, so eine Umfrage des Redaktionsnetzwerkes Deutschland. Nach der Flutkatastrophe in Libyen sind inzwischen etwa 4.000 Tote identifiziert. Weil noch viele tausend Menschen vermisst werden, dürfte die Totenzahl weiter ansteigen. Eine Woche nach den verheerenden Überschwemmungen droht die Gefahr von Seuchen besonders. Das zeigt uns jetzt Stefanie Gareis in der am stärksten betroffenen Hafenstadt Dirna. Eine Schneise des Todes, die sich da durch die Hafenstadt Dirna zieht. Vor gerade mal 5 Tagen standen hier Häuser dicht besiedelt. Dann kam die Flutwelle, verursacht durch den Bruch zweier Dämmer. Und nun bat sich schon die nächste Krise an. Herumfliegender Müll, Chemikalien und auch die Toten, die noch nicht geborgen wurden, verunreinigen das Wasser. Krankheiten wie die Cholera machen sich breit. Eine schwere Magen-Darm-Erkrankung, die ohne die richtige Behandlung zum Tode führen kann. Es braucht schnelle Hilfe, Medikamente und sauberes Wasser. Vieles ist bereits wie hier in Benghazi angekommen. Doch Dirna, mehr als 300 Kilometer entfernt, hat vieles noch nicht erreicht. Wir sind bereits in der Koordination, Essen und lebenswichtige Güter zu verteilen. Auch Material, um einen sicheren Wasserzugang zu ermöglichen. Ebenso wie spezielle Medikamente, die gerade hier angekommen sind. Viele in der Stadt sagen, jetzt sei noch nicht der richtige Zeitpunkt, um nach den Schuldigen zu suchen. Es gäbe Dringenderes. Doch gleichzeitig berichten sie von Nachlässigkeiten der Behörden. Die libysche Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen bereits aufgenommen. Die Untersuchungen befassen sich u.a. damit, wohin die Instandhaltungsgelder für die beiden Staudämme geflossen sind. Wir prüfen sowohl lokale Behörden als auch Regierungsstellen. Bis dahin aber geht die Suche nach den Tausenden Vermissten weiter. Beim Anblick dieser Bilder eine schwierige Aufgabe. Die Menschen in Libyen brauchen Hilfe. Wenn sie spenden, dann können sie das tun über das Aktionsbündnis Katastrophenhilfe. Die IBAN lautet DE 65 100 400 600 100 400 600 Stichwort ZDF Nothilfe Libyen Infos auch auf spenden.ztf.de und auf der ZDF Textseite 890. In Afghanistan haben die radikal-islamischen Taliban Angestellte einer Schweizer Hilfsorganisation festgenommen. Sie hätten 21 Menschen in Gewahrsam genommen, so die Regierung. Die NGO spricht von 18 Mitarbeitern, die aus dem Büro nach Kabul gebracht wurden und weist den Vorwurf, sie wollten Afghanen zum Christentum bekehren, zurück. International Assistance Mission ist seit mehr als 50 Jahren in Afghanistan aktiv. Jetzt zum Krieg in der Ukraine, der global viele wirtschaftliche Auswirkungen hat. Jetzt hebt die EU Handelsbeschränkungen für ukrainische Getreideprodukte auf. Allerdings haben Polen, Ungarn und die Slowakei angekündigt, am Importstopp festzuhalten, weil sie die eigene Landwirtschaft gefährdet sehen. Sie erlauben nur den Weitertransport. Dass sie die Ukraine weiter in allen Bereichen unterstützen wollen, sicherten gestern Bundesaußenministerin Baerbock und ihr US-Kollege blinken zu. Niemand werde sich an einem brutalen Angriffskrieg gewöhnen, so Baerbock. Eine immer wichtigere Rolle im Krieg spielte Einsatz von Drohnen. Sie sind leicht zu bedienen, variabel einsetzbar und vergleichsweise günstig. Die unbemannten Flugobjekte haben Russland und der Ukraine schon herbe Verluste und Schäden zugefügt. Beide Staaten arbeiten ständig daran, die Drohnen effizienter zu machen. Wie das die Ukraine tut, konnte sich Herr Nahibestreit anschauen. Am Himmel über der Ukraine tobt der Krieg der Drohnen. Hier versuchen die Verteidiger, solch einen russischen Flugkörper voller Sprengstoff abzuschießen. Am Ende mit Erfolg. Doch auch ukrainische Truppen entwickeln eigene Drohnen. Valkyre heißt dieses Gerät aus Styropor, zur Erkundung des Schlachtfelds. Es geht darum, Leben zu retten. Das ist das Wertvollste. Daher haben die Drohnen die Situation vehement verändert und werden das auch weiter tun. Valkyre wird zur Aufklärung eingesetzt. Sie soll russische Geschütze finden, bevor die ihr Feuer eröffnen können. Allerdings hat China die Lieferung wichtiger Bauteile inzwischen nahezu eingestellt. Wir haben das schon kommen sehen und beschlossen, alle wichtigen und kritischen Bauteile selbst herzustellen. Es ist ein Rüstungswettlauf gegen Russlands Drohnenbauer, den sie in gut versteckten Werkstätten bei Kiew führen. Hier entwickeln sie auch Langstrecken-Drohnen, doch die halten sie nicht für kriegsentscheidend. Wir haben Apparate, die über große Entfernung fliegen. So ein Gerät zu bauen, ist für uns keine Raketenwissenschaft. Die Zerstörung eines Gebäudes ist wirtschaftlich aber weniger sinnvoll als die Vernichtung eines Panzers oder eines gegnerischen Artilleriesystems für mehrere Millionen Dollar. In diesem Krieg geht es beiden Seiten darum, mit einem Minimum an Material dem Gegner so viel Schaden zuzufügen wie möglich. In Russland zugelossene Fahrzeuge dürfen nicht mehr in das Gebiet der EU einfahren. Diese Sanktionsmaßnahmen hatte die EU vergangene Woche klargestellt und immer mehr Länder setzen sie jetzt um. Um Mitternacht hat zuletzt Finnland die Kontrollen verschärft. Fahrzeuge mit russischen Nummernschildern kommen nicht mehr ins Land. Das gilt auch schon für die baltischen Staaten. Polen zieht ab morgen nach. Am Ende eines Oktoberfestes sind normalerweise durchschnittlich über 7 Millionen Liter Bier getrunken worden. Gut möglich, dass es wegen der Preise diesmal ein paar Liter weniger werden. Von heute an wird jedenfalls wieder zweieinhalb Wochen lang das größte Volksfest der Welt gefeiert. Mit Top-Wetter, Rekordpreisen und Menschen, die in Dirndl und Lederhosen sprinten. Zumindest heute. Claudia Vogelmann. Als gäbe es etwas umsonst. Ansturm auf das Oktoberfestgelände in München. Dabei sind in diesem Jahr die Preise so hoch wie nie. Sei es drum. Beim Anstich waren 120.000 Plätze in den großen Festzelten schnell belegt. Mit zwei Schlägen eröffnet Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter das Oktoberfest. Kurz nach zwölf dann Bier für alle. Die Maß kostet heuer von 12,60 Euro bis 14,90 Euro. In den 14,50 Euro für den Maß ist schon ganz ordentlich. Ich finde es zu teuer. Nein, einmal im Jahr kann man es sich ja mal leisten. Auch die Speisen sind teurer geworden. Denn selbstbewusst verteidigt der Festwirt der Ammerhühnerbraterei die Preise für sein Bio-Geflügel. Das halbe Hähnchen zum Mitnehmen bietet er für stolze 20,50 Euro an. Dennoch ist es so, dass die Gäste bereit sind, mehr für das Produkt zu zahlen, weil sie wissen, dass es eine super Qualität ist. Es gibt nichts Besseres. Andere halten die Preise. Bei diesen Lebkuchenherzen sind sie gleich geblieben. 5 Euro für die Kleine, 5,55 Euro für die große Liebeserklärung. Zum ersten Mal hat die Stadt ein Einsehen und bietet kostenloses Trinkwasser an. Doch die Zapfsäulen stehen an eher unappetitlichen Orten. Der Weg zwischen Wasser lassen und Wasser fassen ist hier sehr kurz. 18 Tage lang dauert die größte Biersause der Welt. Die Stadt erwartet in diesem Jahr wieder mehr internationale Gäste. Die Zeichen stehen gut. So, wir machen mit einer Tischtennis-Europameisterschaft weiter. Eigentlich mit 2 in Malmö, nämlich bei den Frauen und bei den Männern. Ja, und da waren beide Teams sehr erfolgreich. Die sind ja auch beide die Titelverteidiger. Beide mussten im Halbfinale heute gegen Portugal antreten. Und beide siegten, stehen also im Finale. Die Männer gewannen mit 3 zu 1. Die Frauen machten es noch souveräner. 3 zu 0 ohne einen einzigen Satzverlust. Nina Mittelham, die im vergangenen Jahr bei der Einzel-EM in München im Finale unter Tränen verletzt, aufgeben musste, macht den Anfall. Sie schlägt Jenny Schau mit 3 zu 0. Als Nächste an der Platte Ying Han, die gegen Fuyu ebenfalls in 3 Sätzen gewinnt. Und auch Xiong Naschan als dritte DTB-Spielerin gewinnt gegen Ines Matos mit 3 zu 0. Finalgegnerinnen die rumänischen Dauerrivalen. Timo Boll, der sein Auftaktmatch verloren hat, sorgt bei den Männern dann doch für den entscheidenden Sieg. Im Finale winkt der 10. EM-Titel und die direkte Olympia-Qualifikation. Gestern Abend furioser Auftakt der Fußball-Bundesliga der Frauen. Das Topspiel Freiburg gegen Bayern mit einem Last-Minute-Ausgleich der Breisgauerinnen gegen die Meisterinnen aus München. Es ist ein Flipper-Tor, das Freiburg in der Nachspielzeit zum Punktgewinn hilft. Doch trotz aller Emotionen ist dieses Tor diskutabel. Denn Völny springt der Ball an den Unterarm. Die Körperfläche zwar nicht vergrößert, aber egal ob absichtlich oder unabsichtlich, bei Torerzielung ist es Handspiel. Dabei war der Auftakt in die neue Bundesliga-Saison verheißungsvoll. 13.000 Zuschauer sehen ein spannendes Spiel. Bis zur 91. Minute steht es 1 zu 1, ehe die Bayern vorlegen. Noch am Ende ist es eben dieses umstrittene Tor, das den Sieg der Gäste verhindert. Auch bei den Männern musste Meister Bayern München gestern Abend den Last-Minute-Ausgleich zum 2 zu 2 in der Nachspielzeit einstecken im Fußballkrimi gegen Leverkusen. Und hier die heutigen Ergebnisse des vierten Spieltags. Leipzig besiegt Augsburg 3 zu 0. Freiburg unterliegt Dortmund 2 zu 4. Wolfsburg schlägt Union 2 zu 1. Mainz verliert gegen Stuttgart 1 zu 3, ebenso Köln gegen Hoffenheim. Das Abendspiel Bochum gegen Frankfurt. Kurzer Blick auf die Tabelle. Leverkusen weiter Tabellenführer vor den punktgleichen Bayern. Dahinter Leipzig, Stuttgart, Hoffenheim und Wolfsburg. Die zweite Tabellenhälfte beginnt mit Frankfurt. Und ganz unten Köln vor Mainz und Schlusslicht Darmstadt. Das Abendspiel Bochum gegen Frankfurt ausführlich bei uns zu sehen im aktuellen Sportstudio um 23.30 Uhr. Zu Gast acht Spieler und der Trainer vom deutschen Basketball-Weltmeister-Team. Gold für das deutsche Bogenteam bei den Invictus Games. Den Spielen für im Einsatz an Körper oder Seele verletzten oder erkrankten Soldatinnen und Soldaten. Jens Niemeyer, Kevin Keutka und Tom Grunwald besiegten das Team aus Rumänien ganz knapp im Finale. Niemeyer hatte vor und zuvor im Kugelstoßen bronze gebohlt. Sehr gut. Ja, Gratulation. Und du hast jetzt noch ein paar schöne royale Bilder. So ist es. Vielen Dank, Norbert. Schweden feiert nämlich und zwar seinen Monarchenkönig Karl Gustav mit entsprechend prächtiger Parade in Stockholm. Immerhin ist Karl der 16. Gustav seit 50 Jahren auf dem Thron seiner Seite Königin Silvia. 3000 Soldaten eskortierten die offene Kutsche, begeistert, bejubelt von vielen Schweden. Am Abend, da können sich dann alle in der Hauptstadt noch auf ein großes Volksfest samt Konzert freuen. Und mehr zum Thronjubiläum von Karl Gustav direkt nach uns und dem Wetter in ZDF Royale. Das Heute-Journal mit Christian Sievers gibt es heute um 23.15 Uhr. Das war es von uns. Schönen Samstagabend und bis morgen. Guten Abend. Unser Spätsommerhoch hat sich jetzt schon recht weit in den Osten verschoben, sodass die Tiefs aus Westen wieder an uns herankommen. Und zwar zum einen mit etwas Regen, zum anderen aber auch noch mal mit richtig sommerlicher Luft. Das spüren wir auch nachts. Heute Nacht kühlt es zum Beispiel an der Nordsee nur auf 17 Grad ab. Auch in der Osthälfte bleiben wir meist zweistellig bei bis zu 10 Grad. Dazu bildet sich an Flussniederungen vor allem im Süden etwas Nebel. Meist ist es aber klar. Im Westen allerdings, da ziehen Wolken mit etwas Regen und auch kurzen Gewittern heute Abend und in der Nacht vom Saarland in Richtung Niedersachsen. Und die kommen dann morgen Vormittag auch in Richtung Nordsee voran. Generell im Nordwesten und Westen gibt es morgen etwas mehr Wolken. Es wird insgesamt aber wieder ein sehr freundlicher Tag mit meist nur lockeren oder hohen Wolken. Und dazu gibt es eben verbreitet über 25 Grad an den Küsten, um 23 Grad am Hochrhein sind sogar 31 Grad möglich. Also es sind Temperaturen wie an einem Sommertag. Die erste Septemberhälfte, die kann wahrlich mit den Sommermonaten mithalten. Ab Montag allerdings räumen Gewitter von West nach Ost die hohen Temperaturen aus und dann wird es windiger und unbeständiger. Und damit auf Wiedersehen.